Ja, herzlich willkommen hier bei der Sunset Lounge. Das Finale 2014. Ja, es war ein bisschen ein verregneter Sommer, aber heute werden wir entschädigt mit einem traumhaften Sonnenuntergang hier am Stift Göttweg. Hier bei mir ist auch Peter Sachs. Er wird heute ein paar wirklich tolle Nummern wieder spielen. Und mit einer tollen Gesangsuntermalung. Ja, vorne haben wir ein Grillbuffet, die ein bisschen Hunger hat. Und mit einer tollen Gesangsuntermalung. Und mit einer tollen Gesangsuntermalung. Ja, vorne haben wir ein bisschen Hunger hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017